Herzlich willkommen, mein Name ist Sven. Heute zeige ich euch Gemüse Curry mit Kotbanana. Eigentlich habe ich so viel gemacht, aber heute habe ich eine neue Entwickelung mit ein bisschen anderen Gewürz und Zutaten. Das ist wunderbar und so lecker. Wo kann ich anfangen? Zuerst mache ich Kotbanana. Kotbanana ist das beste und wir kaufen ein bisschen Gelb. Das habe ich nicht gefunden, deswegen nehmen wir Grüne. Und Kotbanana und Normalbanana ist ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen hart und nicht so süß. Und heute mache ich dieses Rezept ein bisschen Knoßbrick mit einem schönen Teig zusammen. Curry, Dinkelmehl, Backpuffer und Wasser. Und ein bisschen Salz. Und ein bisschen Salz. Diese Thai need nur für Kotbanana. Kannst du auch für andere Gemüse Verwenden auch. Das ist eine sehr gute Idee, oder? Mh, super. Körliges Smog. Voilà. Ein bisschen Öl in der Pfanne. Kopp Banane in Lüne Scheiben schneiden. Weiter noch ein bisschen Öl in die Pfanne und schneiden in grüne Bohnen. Drei Zentimeter Länge schneiden. Noch ein bisschen Öl in die Pfanne. Geschnitte Karotten und Kartoffeln, dazu circa drei Minuten anblatten. Dann ein bisschen Currypulver dazu. Kurz dünsten und Wasser abdürschen. Einmal aufkochen. Ablässchen kann ich ca. 10 Minuten Köken lassen. Inzwischen mag ich die Soße. Normalerweise kochen ich Curry nicht mit Cashewkernen. Aber heute habt ihr neu ein Weekend mit Cashewkernen. Die Tonne-Glas, die Mene-Brette, Imwe und Haferring. Haferring hat ein bisschen süß. Zusammen ist eine tolle Geschmack. Die Tonne-Glas, die Mene-Brette, Stier empfehlen. Immer ein bisschen reiben. Haferring. Alle zusammen fein pürieren. Dazu in die Pfanne. Und Chili dazu. Ein bisschen Salzpeperwürzel. Circa drei Minuten kochen. Wegen die Tonne-Glas, wenn nicht über drei Minuten kochen, eher ein bisschen bitter. Am Schluss, die Bonne dazu vermengen. Und servieren. Ich bin begeistert mit diesem Rezept. So wütend und so lecker. Ich danke euch für die Unterstützung. Deswegen habe ich jeden Tag neue Menü essen können. Und mein Leben ist nicht langweilig. So cool, oder? Du kannst auch, Kofu 9.5. Und 9.5. Lass auch alle Leute klick-klick. Also, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.